Shiki, die Jahreszeiten Haru, der Frühling Natsu, der Sommer Aki, der Herbst Fuyu, der Winter Im Frühling blühen die Kirschblüten Im Frühling kann man ein Picknick unter den Kirschbäumen machen Natsu, der Frühling Im Sommer ist der Sonnenuntergang herrlich Natsu, der Winter Im Sommer kann man schwimmen gehen Aki, der Herbst Im Herbst färben sich die Blätter rot Aki-ni Sanpo-ni ikeru Im Herbst kann man einen Spaziergang machen Fuyu-ni Yuki-ga ooi Im Winter gibt es viel Schnee Fuyu-ni Yuki-daruma otsukureru Im Winter kann man einen Schneemann bauen Mit Bödes Untertitelung des ZDF, 2020